hey leute und willkommen zurück zu let's play ww mit unserem paladin ja wir haben in der letzten aufgabe die artefakte oder die hinweise gesucht die wir jetzt bei ohrfuß abgeben und noch mal gucken wir sind level ab level 64 sind wir das ist doch schön auch so möchte dass ihr den dann wollen wir mal oder fliegen wir nicht durch das ist nicht gut so dann werden wir mal zu den inseln nach kamuga gucken was uns da so erwartet was uns die sind das see wasser elefanten sind ja nicht seekühe genau seekühe sind ja welche was uns die seekühe als aufgabe geben wir müssen glaube ich hier paar elementare müssen wir killen wir müssen hier ein paar drachen killen wir müssen ein paar wölfe killen das weiß ich noch alles aber wir werden es ja gleich sehen wir gehen erstmal durch die erste aufgabe ich bin gerade in der dungeon suche im browser aber das wird nix irgendwie seit den addon draußen ist kommt man nicht mehr schnell in eine instanz so aber hier können wir erstmal den flugpunkt holen das machen wir mal als erstes der ist hier im goblin flugmeister sondern wenn man läuft zum häuptling meine aufmerksamkeit ist euch gewicht und er sieht auch gut aus so und am foto sehr schön so und dann gehen wir mal die aufgabe ab eure gesellschaft ist willkommen schön so sprechen wo er möchte in holen vor dass ihr die insel der sperre geht und sechs stück fleisch eines okay das ist kein problem das können wir schnell machen wir so noch mit wem wir sprechen das habe ich hier vorne mit dem sprechen wir auch gleich noch mal mit den kollegen da auf dem schiff oder ja auf einen kleinen piraten schiff sitzen sie wie geht es euch so ich spreche mit silber mond henry ok ok aber jetzt besorgen erstmal schnell das fleisch von den hörschern der nächste jetzt mal so wo sind sie denn wo sind sie da ist schon mal einer so ist das nur der eine ja da kommt man mit hier natürlich werde ich erstmal so du hast nichts und suchen wir mal wo mehr von euch sind lauft ihr nicht in die luft sonst immer in so eine rudel rum ziehen wir euch mal alle zusammen hier so zeigt so in beiden wölfe die wir mal schnell umhauen mal gucken wir mal wie viel fleisch wir gefunden haben schon und ganz dabei was wir haben die schon getötet wer läuft was läuft denn da was ist das denn ein rad king ping noch nie gesehen komm her king ping so sagt das ist allererste war dass ich den säg king ping den habe ich noch nie gesehen kennt ihr den das soll können könnt ihr meine kommentar schreiben ob ihr den schon mal gefunden habt king ping sehr schön ich habe direkt sogar ein erfolg hier ist ein erz hier ist ein erz das ist natürlich mit wir sind blau zwar nicht so weit aber ein bisschen blau sind wir ja haha wir sind blau wie lustig so wo laufen jetzt diese komischen viecher rum da sind welche das ist sehr schön sagt sagt so kommt mal her hier ohne fjord hatte läuft ja auch rum die ist jetzt aber tot tschuldigung war nicht meine absicht so ein alter wolf ja auch noch so wir haben noch kein stückchen fleisch ne ich hab die falsch angesagt ne so und doch eins haben wir schon jetzt brauchen wir noch vier vier stückchen hier ist nichts mehr gibt sie nur hier das ist ja echt mangelware hier ist auch noch einer da sind zwei eine ganze herde eine ganze herde sind wir aber jetzt jetzt sind wir mal ein bisschen mutig wir hätten die konnten uns nicht in gehen hinten läuft der herde das ist ja eine vorbereitung sind die zwei hin das ist kein problem nicht machen wir auch noch schnell mit nieder das ist dann normal ich habe ja aber was gibt's neues ja ihr habt entschieden das let's play von unseren jäger das also von seinen allianzjäger das wird erstmal pausiert so die aufgabe ist fertig wir behalten dem paladin bei das let's play vom paladin wir behalten das let's play vom paladin wir behalten das let's play vom paladin das ist ja auch schon das ist ja auch schon 120 wie ihr wisst das kommt glaube ich noch ein bisschen später die folge das kommt zwar jeden tag eine folge aber es hat ja ein bisschen gedauert bis man 120 ist wir leveln auf jeden fall das ganze land durch vielleicht bis wir fahrtbinder haben und dann wird das let's play auch abgeschossen sein und dann zeige ich euch immer halt nur so paar ausschnitte equip oder wir machen auch ab und zu ein paar instanzen das sehen wir aber dann noch was alles kommt und wie es passiert so ok kommt wieder sobald jetzt müssen wir 3 1 3 3 schimmeln schimmeln hören hören aber die fliegen hier oben rum ich bin außer reichweite ich hole mal ich muss näher ran ich muss auch mal das ist zu weit entfernt ich muss näher ran ich hole mal auch weiter dürfen wir nicht gehen sonst hotel ist ja schon wieder ab sagen wir fallen alle hoch fast um das geht doch hochzug unser paladin macht euch gut schaden ich habe ein ziel und inventar ist voll und nix dabei nix dabei das ist natürlich besser wir müssen echt mal platz machen ich kann nicht mehr tragen jetzt sehen wir das machen kein horn kein horn aber ihr seid doch die vier jährige leiter schien mehr das machen wir uns das auch gleich aber erst kommst du du sowieso alle vier umhauen gucken ob diesmal ein horn dabei ist so ist der erste tod und der dritte ein einhorn echt nur eins das ist ja noch mal nicht tun jetzt ist er hat noch mehr tragen so ist so schnell dass er hat ich weiß ich doch so jetzt wollen wir noch ein horn einhorn so dich holen wir von da oben und zack du kommst auch gleich zurück ne sehr schön und kommen wir zusammen hier drei einhorn kriegen wir davon euch bestimmt zusammen sagt da liegt der erste der zweite liegt auch jetzt ich habe jetzt und der dritte auch ich kann nicht mehr das letzte horn ist auch dabei das ist sehr schön aber bevor wir die aufgabe abgeben werden wir erst mal ein paar sachen verkaufen das ist ja ätzend dass unser internet volles ist denn hier also aufräum symbol so hier an den kümmer verkaufen dann kommen wir hier stehen euch zur auswahl so kommt das verkaufen wir das machen aber schon mal ein bisschen platz und nochmal verkaufen wir das auch so was haben wir denn hier dann weg dann weg 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 fehlt euch etwa so möchte dass ihr ein bisschen geht oder jagt ok sklavenhändler so machen wir töten das ist doch kein problem das machen auch noch mal schnell ein paar sklavenhändler töten sind da hinten ihr seht das auf der map wir haben ja echt noch viele spots wo wir hin fliegen können und jede menge aufgaben erledigen können würde sagen die wir vielleicht zu oben zur wacht das sehen wir auf jeden fall mal vielleicht erst mal den norden fertig genau wo sind denn die sklavenhändler in der bucht sind sie da schon ja das ist zu weit entfernt so wie viel soll man den tüten unterstützte uns oder ist er nur die festaufgabe da haben wir sogar nicht auf das ist zu weit entfernt ja jetzt kommen wir in der instanz da warten wir mal ganz kurz und dann machen wir halt hat oder ich würde sagen wir machen die instanz und wir sehen uns in der nächsten folge ich danke euch fürs zuschauen bis zunächst aber nicht vergessen ihr wisst es und wir sehen uns in einer instanz so wir müssen uns mal kurz heilen bis gleich tschüss